Herzlich willkommen zu einem neuen Video, hier habe ich meinen Kanal Bus und Bahn und so weiter. Heute bin ich hier wieder am Fernbusbahnhof in Duisburg und vorhin habe ich wirklich einen DFB-Mannschaftsbus gesehen. Nämlich den Namen Neuen von der von so 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 MAN. Ne, MAN, Lines so 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 Coach. Und hier steht ein Fahrkartenautomat und jetzt, warte mal, wo hier am Fernbusbahnhof? Wofür braucht man den Fernbus? Wofür braucht man Fahrkartenautomat? Wofür braucht man einen VRR-DVG-Fahrkartenautomat? Aber ich teste mal was, und zwar die Sprachstinnsbruck. Hier sind sowieso Videos, da berate ich hier sogar die persönliche Beratung und so weiter. Ich teste mal das jetzt hier einfach. Viele Leute warten hier auf dem Bus zusammen, da hat wohl Verspätung. Das steht ja auch seit über 10 Minuten, 15 Minuten. Die steht nur ins Netz, aber das ist wirklich eine Katastrophe von der DVG. Steht mehr Duisburg, aber keine Ahnung. Videoberatung. Diese funktionieren zurzeit leider nicht verfügbar. Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Hallo? What? Hör ich auf nur zu Englisch? Jetzt steht ja, äh, kann der automatisch? Die Fahrbahnhof ist wirklich sehr lang. Englisch? Videocall. Sorry, this function is not available at the moment. Oh, Mann. Jetzt auf Englisch? Ja, dann hat sie ja auf Englisch rumgeschreitet. Ich stelle so, ey, ich kriege wie euer, achso, unsere Bedrückung dann im Videocall. Oh man, funktioniert leider nicht. Ich wollte jetzt die Funktion mal testen, ob die sehr schöne Beraterin hier den Automaten mir so helfen kann, um eine Fahrgaltung nach Köln zu kaufen, und zwar mit dem Flexbus. Leider ist die Funktion so weit nicht verfügbar, funktioniert leider nicht, schade. Er ist gewohnt, dass natürlich alles GVG weitermelden, und das war's auch schon, wenn ich die Video suche. Lesen die jetzt. Da kommt der Flexbus, gehen wir zurück.